Guten Tag und herzlich willkommen zum Berliner Kreis, dem Finanztalk von meinGeldTV. Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches Jahr. Die Aktienmärkte in den USA sowie in Europa, ganz speziell auch in Deutschland, hatten Rekordzuflüsse zu verzeichnen. Doch ob es weiter so bleibt, weiß man nicht. Zumindest haben auch Anleger mit Anleihen sehr gutes Geld verdient. Nun will die EZB ihren Anleihen-Rückkauf-Vorgang zurückfahren von 60 Milliarden auf 30 Milliarden Euro. Und Herr Trump muss die Steuerreform, die er versprochen hat, umsetzen. Wie das Jahr 2018 aussehen wird, das wollen wir heute mit Experten besprechen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meinen ersten Gast, Herrn Gunther Westen. Er ist Global Deputy Head of Asset Allocation bei Odo BHF Asset Management. Eingeladen haben wir Herrn Markus Schuberak. Er ist Executive Director bei Emondorocil Asset Management. Guten Tag. Herzlich willkommen heiße ich Herrn Dirk Fischer. Er ist Geschäftsführer der Patriarch Multi-Manager GmbH. Guten Tag. Bei uns zu Gast ist Herr Dr. Martin Lück. Er ist Leiter Kapitalmarktstrategie Deutschland, Österreich und Osteuropa bei BlackRock. Hallo, guten Tag. Und last but not least begrüße ich ganz herzlich Herrn Harald Fuchs. Er ist Mitglied des Vorstandes der First Foga Privatbank Aktiengesellschaft. Guten Tag. Herr Fuchs, können Sie uns verraten, welche Anlagestrategien haben sich dieses Jahr bewährt und warum waren sie so gut oder warum hatten Sie diese Ergebnisse? Ja, bei uns waren das im Wesentlichen drei Faktoren. Der erste Punkt war das konsequente Setzen auf die Aktie. Das zweite Element war Beimischung, intelligente Beimischen von Schwellenländeranleihen, insbesondere in Landeswährung. Und die Untergewichtung des Dollars. Das waren die drei Erfolgsfaktoren, die wir so identifiziert haben für unsere erfolgreichen Portfolien. Und das hat zu dem Ergebnis geführt, dass es auch die Performance war. Zweiter Platz in Österreich, DAFU-Management. Wie sehen Sie das? Welche Anlagestrategien waren gut? Also ganz generell vielleicht mal, viele Momentumstrategien waren sehr gut, sowohl im Aktienbereich als auch im Kreditbereich, im Durationbereich weniger. Strategien waren gut, die versucht haben, so das Letzte nochmal rauszuquetschen, also die Kreditkurve richtig nach unten runter zu gehen. Solche Sachen wie Insurance, Sub, zum Beispiel also Sub-Ordinated, Anleihen sind teilweise gelaufen wie Hulle. Anleihen, ne? Anleihen, die sind teilweise in der Kapitalstruktur nochmal richtig runter, teilweise 12%. High Yield ist sehr gut gelaufen. Im Grunde natürlich auch Leverage-Strategien, Risk-on-Strategien. Und wir haben ganz konsequent auch auf eine Aktienübergewichtung gesetzt, wie der Kollege, aber auch im Kreditbereich waren wir eben sehr stark übergewichtet. Sowohl im High Yield-Bereich als auch in der Kapitalstruktur weiter unten. Also ich sehe das im Grunde genauso, was unsere Kontakte angeht. Man ist doch um einiges weiter wirklich nach unten gegangen, was die Qualitäten angeht. Was wir sehr stark gemerkt haben bei einem unserer Flaggschiff-Portfolien im Bereich Financial Bonds, ist natürlich eben die Erholung, die wir gesehen haben Anfang des Jahres, als sich die Problematik der italienischen Banken weitgehend aufgelöst hat. Und wie Sie gesagt haben, haben wir hier tatsächlich zwischen 10 und 11% seit Anfang des Jahres auch mit verdienen können. Bei sehr, sehr moderater Volatilität. Das kommt immer sehr, sehr gut an. Und ansonsten, was wir auch gesehen haben, ist, dass breit gestreute Rentenportfolien voll flexibel, die wirklich die komplette Klaviatur der Rentenmärkte spielen können, plus aktive Durationssteuerungen sehr, sehr gut angekommen sind und auch ein entsprechendes Ergebnis abgeliefert haben. Ich glaube, der Markt hat in diesem Jahr weitestgehend so die Fete der Sorglosigkeit mit dem Geld der EZB gespielt, würde ich sagen. Die Erholung des weltwirtschaftlichen Wachstums in verschiedenen Teilen der Welt hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt in diesem Jahr. Das war praktisch auch der Gewinnzyklus, der in Europa wirklich erst Mitte letzten Jahres gedreht hat. Das hat sich in diesem Jahr fortgesetzt. Wir haben nicht den Gewinneinbruch gesehen, den wir in früheren Jahren gesehen haben bei den europäischen Earnings. Das hat unglaublich die Aktienmärkte getragen bis zum heutigen Zeitpunkt. Das sehen wir auch. Natürlich haben wir in Fixed Income auch Strategien erfolgreich gesehen, die hauptsächlich Durations durch Kreditrisiken ersetzt haben, aber nicht aggressiv. Es gab auch in Duration an der einen oder anderen Stelle noch durchaus Geld zu verdienen. Man hat das auch gesehen, zumindest phasenweise ist das ja durchaus nochmal hin und her gelaufen, weil eben noch kein klarer Call drauf ist. Und ein Thema, das eine ganz große Rolle gespielt hat auch bei uns als Haus, sind Alternatives. Wir haben gerade von institutionellen Investoren extrem großes Interesse an alternativen Anlagestrategien, sowohl im liquiden als auch im illiquiden Bereich. Und das hat auch in diesem Jahr wieder eine große Rolle gespielt. Also wenn man noch zwei andere Asset-Klassen hinzufügen will, Immobilien sind auch überraschend gut gelaufen weiterhin, obwohl man da immer schon meint, ist man in einer Blase und so weiter, aber trotzdem weiterhin hervorragend funktioniert. Und was für mich eigentlich die größte Überraschung gewesen ist, das war das Gold. Das war per Stand 30.09. 10% im Plus. Und normalerweise läuft Gold immer dann, wenn die Aktien nicht laufen, als Krisenwährung. Und in diesem Jahr hatten wir eine der seltenen Phänomene, dass es mal eine Parallelität gab. Beides ist nach oben gelaufen. Warum eigentlich? Ich glaube, dass das schon ein Hedge ist in den Portfolien, dass einfach die Anleger auch sagen, ich brauche eine gewisse Diversifizierung und sollten die Aktien mal fallen, dann wird das Gold mir eine gewisse Stabilität bringen. Und das war, finde ich, ein sehr überraschender Faktor. So, Herr Fischer, die übliche Frage, die natürlich alle Investoren interessiert für das Jahr 2018, welche Risiken gibt es für dieses Jahr und welche Anlagestrategien oder für welche Produkte sollte sich entscheiden, um das Jahr 2018 positiv für sich zu schließen, der Investor? Also ich sehe die größten Risiken für 2018 auf der Aktienseite, Frau Hegewald. Und zwar gar nicht unbedingt von der fundamentalen Seite oder von den Unternehmensgewinnen, sondern ich glaube sehr stark an Wirtschaftszyklen. Und wir gehen jetzt mittlerweile in das neunte oder zehnte Jahr einer Hosse. Normalerweise dauert eine Hosse sieben Jahre. Also wir sind eigentlich für einen Rückschlag mehr als überfällig technisch. Und ich befürchte, dass das nächstes Jahr passieren könnte. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall stärkere Volatilitäten sehen werden 2018, also größere Schwankungen. Wenn es gut läuft, würde ich eine mittlere einstellige Aktienrendite noch erwarten. Ich glaube aber eher sogar an negative Ausblicke, auch wenn ich mich jetzt da vielleicht ein bisschen unbeliebt mache. Und insofern Strategie wäre für mich auf der Aktienseite, wenn Dividendenstrategien, um schon mal einen Puffer aufzubauen für einen möglichen Rückschlag. Wir selber im Haus arbeiten sehr stark über Absicherungsstrategien. Das sind unsere Trend 200 Produkte, die wir über die 200-Tage-Linie absichern. Ich glaube, dass solche Strategien im Jahr 2018 sehr, sehr wichtig sein werden auf der Aktienseite. Also ich sehe durchaus kommendes Jahr vielleicht etwas mehr Probleme auf der Seite der geopolitischen Risiken. Wie ich schon angedeutet habe, es ist eigentlich relativ wenig oder relativ viel Sorglosigkeit im Markt 2017 drin gewesen. Auch diese ganzen geopolitischen Dinge haben bisher eigentlich nicht wirklich richtig die Märkte beschäftigt. Und von daher kann, wenn sich wirklich mal etwas weiter zuspitzt, auch hier natürlich ein Problem ergeben. Von unserer Seite her ist es so, dass wir hier eigentlich dann eher auf der konservativen Seite auch unterwegs sein wollen. Wir glauben natürlich immer, dass ein guter Mix das Ganze natürlich ausmacht, was am Ende des Jahres die Rendite des Anlegers bringt. Und somit zum Beispiel eben ein flexibles Rentenportfolio, das eben auch wirklich alle Renten-Esset-Klassen, in denen man spielen kann und somit auch ganz flexibel und aktiv umschichten kann. Sofern eben, wie gesagt, auf der einen Seite Probleme auftauchen, kann ich dann auch entsprechend umschichten und hier für den Anleger trotzdem positive Rendite miterzielen. Wir setzen allerdings auch im Moment verstärkt eher auf spezielle Themen. Das heißt also auf Dinge, die eben wirklich eine langfristige Veränderung in den Märkten oder auch in unserem Leben, in der Gesellschaft herbeiführen. Da ist zum Beispiel der Megatrend Big Data ein ganz großes Thema bei uns im Haus, das überall schon angekommen ist. So richtig hat es zwar keiner im täglichen Leben gemerkt, aber wir sind schon mittlerweile im Big Data-Zeitalter unterwegs. Und das sind eher so Themen, die wir dann vielleicht mitspielen würden. Allein im Team. Genau. Ich glaube, dass wir ein ganz ähnliches Umfeld in 2018 sehen werden, wie das gegenwärtige in 2017, dass das globale Wachstum weiter stark bleibt und wir sehen im Moment sogar eher Revisionen nach oben. Also wenn man sich mal so den Konsensus anschaut für die Bruttoinlandsproduktentwicklung in der G7-Region, dann sieht das eher aus, als würden wir noch einen Schnaps stärker wachsen als bisher erwartet. Ich glaube auch, dass der Gewinnzyklus in Europa weitergeht. Das heißt, bei der Übergewichtengeschichte für Europa bin ich dabei. Zumal wir auch mehr, wenn überhaupt, politische Risiken dann wahrscheinlich aus den Vereinigten Staaten haben mit Liefer-Trump, Midterm-Elections und so weiter. Und dann kommt noch eine Geschichte dazu, allerdings, die wir auch sehen müssen. Die Risiken liegen eher in der Politik, sowohl was Politikfehler oder Geldpolitik betrifft, sollte man nie untergewichten dieses Risiko, dass man eventuell doch die eine oder andere Zinserhöhung sieht, die man nicht erwartet hatte und die dann disruptiv wirkt für den Markt. Also es gibt durchaus Risiken, die man sehen kann, die kommen aber eher aus dem Bereich der Politik als aus dem Bereich der Ökonomie. Grundsätzlich bleiben wir ja positiv und deshalb auch übergewichtet in Aktien, vor allen Dingen in europäischen Aktien. Also wir sehen im Moment, ähnlich wie BlackRock, steigende Unternehmensgewinne kommen in 2018. Steigende Unternehmensgewinne heißt für uns, dass die Kurse fundamental nach unten abgesichert sind, dass eher steigende Kurse zu erwarten sind, denn sinkende. Statistisch gesehen kann es durchaus sein, dass wir die zweitlängste Hosse haben, die längste haben wir noch nicht. Also wir haben es vielleicht noch zwei, drei Jahre vor uns, die Hosse. Und im Moment sind aus unserer Sicht die größten Fehler, die ein Anleger machen kann, zwei. Erstens zu risikoavers sich aufzustellen, immer wie das Kaninchen vor der Schlange zu warten, wann kommt endlich der Crash. Dann geht nämlich der ganze Anstieg am Anleger vorbei und hat nichts in der Kasse, außer Spesen nichts gewesen. Und natürlich muss man die Risiken in irgendeiner Form wahrnehmen und im Portfolio abbilden. Das heißt, er muss sich diversifizieren. Und am besten mit einer aktiv gemanagten Vermögensverwaltung. Wir haben uns diesbezüglich für 2018 neu aufgestellt und haben wie bei einem Schalter eine Vermögensverwaltung von 75 bis 100 Prozent Aktienquote jetzt implementiert, wo wir sehr schnell über Absicherungsstrategien mögliche Rückschläge auch abfedern können, um Gewinne mitzunehmen und abzusichern für den Anleger. Ja, auf die Gefahr hin so ein bisschen zu langweilen. Wir sehen das ähnlich. Wir haben im Moment so ein Goldilocks-Szenario. Und man muss sich ja nur mal vor Augen halten, wo wir herkommen, wenn man sich Fundamentaldaten in der Eurozone anguckt. Wir haben jetzt ein laufendes BIP-Wachstum irgendwo zwischen 2, 3 und 2, 5. Und vor nicht allzu langer Zeit haben viele noch davor gewarnt, dass die Eurozone auseinanderfliegt. Und wie Sie gesagt haben, das Ganze akzeleriert noch. Das Ganze akzeleriert auch noch weltweit. Das stößt eben so ein bisschen auf eine politische Verhärtung oder politisch schwierige Zeiten. Aber wir glauben, wir haben quasi more of the same für 2018. Die Aktien sind also übergewichtet in High-Yield, in Credit-Asset-Klassen, die sich auf der Rating-Struktur weiter unten befinden. Auch der Kapitalstruktur gewichten Aktien weiterhin über vor allen Dingen Small-Caps und Eurozone. Nehmen aber so ein bisschen die Chips vom Tisch. Sind also nicht moderat übergewichtet, nicht zu aggressiv übergewichtet. Weil es natürlich auch Risikofaktoren gibt. So Herr Fischer, was sollte der Investor auf keinen Fall tun in 2018? Ich finde, er sollte auf keinen Fall die Erfahrung der Vergangenheit einfach eins zu eins hochrechnen. Also auf die Aktienmärkte, auf die Rentenmärkte bezogen. Dass das alles immer ganz genauso läuft, wie er es die letzten Jahre erlebt hat. Weil ich sehe immer mehr Kunden, die aus dieser Hosse zwischen 2012, 2017, jetzt aus den letzten fünf Jahren, schon wieder so ein bisschen in den Gier-Modus verfallen. Also ich glaube, da sollte er sich wirklich nochmal vor allen Dingen seine Risikoneigung hinterfragen für die Zukunft. Und bevor ich auch so ein bisschen Skepsis zumindest habe, ich will nicht sagen Angst haben. Das ist so dieser große Trend zur beratungslosen Anlagestrategie. Ob es das Thema ETF ist, ob es das Thema Robo-Advisor ist und so weiter. Dass es halt immer mehr in so ein Beratungsvakuum hineinläuft. Und ich glaube einfach, dass das Finanzwissen der Deutschen noch nicht so weit ist, dass sie da wirklich alle mit umgehen könnten. Also wenn er sich schon für so etwas interessiert, dann sollte er sich verdammt gut informieren. Und sollte wirklich auch versuchen abzuschätzen, wer kann ihm da wirklich beiseite stehen. Also er sollte sich nicht dem Trend widmen und sollte weiterhin auch eine Beratung genießen. Würde ich immer empfehlen, ja. Ja, der Anleger sollte in einem intelligent diversifizierten Portfolio auf jeden Fall seiner Risikoneigung entsprechenden Aktienanteil behalten. Deswegen ein Pro für die Aktie, um den Risiken gerecht zu werden. Je nach Anlegermentalität intelligente Absicherungsstrategien mit beimischen. Sei es jetzt auf der Rentenseite, dass ich sage, ich gehe in Spezialitäten, Catbonds, Nachranganleihen oder ähnliche Dinge. Immer nach dem Motto der Engländer, don't put all your eggs in one basket, mit einem vernünftig diversifizierten Portfolio ist man noch nie schlecht gefahren. Und seinen Zeithorizont ständig hinterfragen. Nicht langfristig sagen und übermorgen meinen. Das ist der größte Fehler, der aus meiner Wahrnehmung häufig im Beratungsgespräch stattfindet. Auf der einen Seite nicht zu früh defensiv zu werden, das ist, glaube ich, wichtig, sondern den Bullen reiten, bis er tot ist. Ja, fast. Man hat immer noch Zeit, auch Signale zu sehen, wenn das Ganze sich dreht. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht zu aggressiv sein. Sie haben es angesprochen, Gier ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr angebracht, angesichts der niedriger Risikoprämien. Und ich glaube, man sollte sich auch schützen vor Illiquidität, weil Illiquidität nicht angemessen gepreist wird. Und da möglicherweise, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, der eine oder andere Anleger sich dann wundert, wie schwer er aus seinen Anlagen dann tatsächlich rauskommt. Was soll er auf keinen Fall tun? Ich glaube, er sollte die Erfahrungen der letzten Jahre nicht ausblenden. Weil ich glaube, wir haben in den letzten Jahren unheimlich viel über die Märkte und auch die Reaktionen, die wir dort gesehen haben, gelernt. Auch in ganz unterschiedlichen Szenarien. Ich glaube, er sollte nicht unbedingt pauschal darauf hören, dass die Rentenpapiere, die Anleihen komplett verteufelt sind und dass da gar keiner mehr rein darf und auch nichts zu holen ist. Wir haben das, seitdem es propagandiert wird, immer wieder gesehen, dass trotzdem Rendite zu erzielen ist. Und allerdings hier, wie gesagt, eben ganz klar zu sein ist, es gibt Bereiche, die muss ich unter Umständen meiden. Vielleicht habe ich sie sogar schon aus dem Portfolio rausgenommen. Es gibt andere Bereiche, die man durchgehend vielleicht auch mal wieder mit aufnehmen kann. Wir sind auch hier der Meinung, dass wir also ein flexibles und vor allen Dingen aktives Management eben hier an der Stelle vorziehen. Und natürlich auch der Anleger seine Risikoneigung und vor allen Dingen auch die Tragfähigkeit in die zukünftige Entscheidung mit einbeziehen muss in dem Zusammenhang. Ein Anleger sollte in 2018 auf gar keinen Fall Angst vor der eigenen Courage haben. Und das beginnt schon damit, dass eigentlich das Glas eher halb voll ist als halb leer. Auch 2018 sieht nach einem guten Anlagejahr aus. Insofern sollte man auf jeden Fall schon mal investiert sein. Wir machen ja bei BlackRock einmal im Jahr eine InvestorPulse-Studie und fragen die Leute, was sie mit ihrem frei verfügbaren Finanzvermögen machen. Und wenn wir als Antwort kriegen, dass 70 Prozent davon in Cash liegen, das kann nicht der wahre Jakob sein. Also wir müssen dem Anleger sagen, investieren ist immer noch das Gebot der Stunde. Selbst bei einer Inflationsrate von 1,5 Prozent ist Cash tödlich. Das ist keine gute Idee. Und deshalb sollte man diversifiziert natürlich investiert sein. Es sieht danach aus, als wäre es immer noch eine gute Idee, Aktien übergewichtig zu haben. Aber auch Rentenstrategien können auch funktionieren, zumindest in verschiedenen Segmenten. Und weitere Beimischungen halten wir auch für sinnvoll. Zum Beispiel auch weiter eine kleine Beimischung in Gold. Das ist durchaus keine schlechte Idee. Also insofern investiert zu sein, diversifiziert investiert zu sein und das zu vermeiden, im Cash zu bleiben, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Herzlichen Dank an meine Experten. Das war die Runde zum Thema Anlagestrategien 2018. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020